Also zu hastig interagieren, viel einfacher und schöner. Ich muss mal die Sachen reinlegen, wo hier schon drin sind. Gut, können wir hier hineinlegen den Rest. So, gut, jetzt am Berg. So, hier haben wir jetzt einfach einen Teil. Können wir auch mal ein bisschen leiser machen, die Gereiche. So, jetzt ist es wieder besser angepasst. Gut, Eisen. Machen wir uns mal eine halbe Rüstung. Und eine Viertelrüstung. Und eine ganze. Ja, sogar eine ganze geht. 24 also. Okay. Das merke ich mir. Also gehen wir ein bisschen jagen. Wir gehen am besten hier durch. Und dann nach links. So, ja. Heute hoffentlich kann ich mir Sims 3 plus Pads kaufen. Da fängt das Sims 3 Let's Play an. Und. Hier wird mein zweites H-Projekt. Neben diesem hier. Endlose Projekt, ich will nämlich nicht H fahren. Also, mir wird's langweilen. Hier ist nochmals ein Monolith. Das ist ein komischer Berg hier. Der sehr instabil aussieht. Hehehe. Okay, hier. Am besten hier. Das reicht mir. Und die Eier legen, bitte. Eier legen der Wildwollmilchsau. Schönes Design. Fast irgendwie zu Minecraft. Hehehe. Aber ich mag's nicht so ganz comic-haft erzählen. Ah, zombie. Hey. Ein bisschen verarschen. Maus. Hey Hulk. Was machst du denn hier? Wieso hauen die Tiere ab? Oder despawnen die? Hm. Verstehe ich nicht ganz. Jetzt muss es aber schon ausgehen. Jetzt muss es aber schon ausgehen. Ah, jetzt ist man. Ah, das ist man. Oh, ähm. Stehe. Hallo. Da musst du nicht umfallen, wenn du mich siehst. Das bitte. Ja, geh endlich unter. Cool. Ein einzelner Baum. Und dann ist noch ein Jungle-Baum. Aha. Verstehe. Ich bin so unfair. Hier. Shiny ein Gott. Nicht hier. Hier. So. Gut. Ja, was seid ihr Monsterchen? Ich will nur ein Skelett oder die Monster, äh, vier Spänen. Bitte. Ja, ein Zombie. Wenn du mir einen Eisenhelm oder so gibst, ja. So, brauche ich keinen Eisenhelm, aber es ist wenigstens das Beste. Glaube ich. Ah, das ist ein Skelett. Oh. Droppenix. Creeper. Creeper. Ja. Gut. Fertig haben wir. Aber noch nicht mehr. Skelett. Ah, das ist ein Steinschwert. Damals ist das schon. Zombiefleisch können wir dann noch essen. Aber es ist nicht so appetitlich, weil man bekommt Hunger. Davon. Wenn man zu viel isst. Gib ein bisschen Schwarzpulver. Genau. Braav. Eier. Eier. Ich merke schon, ich muss hier ein Testgebiet machen. Sonst müssen wir die Grietergratio wieder fehlen. Machen wir hier aria 52. Wieso nicht? Muss ja nicht immer 51 sein oder 69. Also 69 hat er das sexistisch. Und hier steht was. Darum ist es auch bei Gatehouse und Andreas so gewesen. Könntet Hittentum bauen in dieser Arena. Wieso nicht? Es ist Architektur. Und hat nichts mit Perverses zu tun oder fast nicht. Wieso? Immer... Doch, äh 2. Betet mir auf den Gate. Ja, 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 ja. Spinnen, wo seid ihr denn? Ich glaube... Das ist ein Hirn. Hm. Zombie-Brain. Minium-Scherbe. Zwei Fäten haben wir. Ein Bogen. Wir brauchen so viele Sättel gar nicht. Wir werden nicht mal einen benutzen. Wahrscheinlich. Also es gibt einen Mod für den. Äh, wir machen den... Äh, Creatures-Mod rein. Trotzdem, die findet man einfach viel zu oft. Das sage ich wirklich viel zu oft. Und den, äh, Mindchest-Minen-Schächte. Den Stollen. Findet man genug von denen. Und es gibt wirklich extrem viele Minen-Schächte. Okay, wir haben vier. Äh, haben vier. Fünf brauchen wir. Jetzt weiß ich es grad. Wer es noch... äh, nicht gesehen hat oder nicht mehr weiß, ich will den Cache herstellen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob es Fäten war. Ich glaube, es war Fäten. Weil den gibt es ja nicht. Ähm. Ding Ding. Äh, Netz. Gibt es ja nicht. Warum kann es eigentlich nur Fäten sein oder eine neue Seite? Fäten. Hallo, Crappie. Du zerstörst da alles. Du auch. Und du auch. Geht's nicht? Genau deswegen hasse ich so die... Die Monster. Oh Mann, oh Mann. Geht zu mir, Mario. Es ist eine Katastrophe, hä? Kommst du mal ein bisschen Monster jagen? Hm? Ich brauche Monsterjäger. Kammerjäger. Tschüss. Es reicht mir. Es reicht mir wirklich. Es war zwar nur ein Schaf hinter mir, aber es kann Kribe werden, dann würde ich jetzt... Vielleicht tot sein. Oh, schöner Berg. Ja, Optik-Fan muss ich auch noch da rein tun. Oh Mann, ich habe es vergessen. So, ich wollte es da rein tun. Ja, da gehen wir halt durch die Höhle. Ja, toll. Hier ist ja gar kein Durchgang. Es war nur ein Schank. Bis wir hier fertig sind, hat es 2000 Milliarden. Gibt's gar nicht, aber lassen wir es. Ja, 100 Millionen Parts. Ja, wo ist der Eingang? Der muss hier sein. War vielleicht oben dran. Hallo, ich habe doch hier einen Durchgang gebaut. Mal gegenüber dem Berg. Ist auch so. Kein Problem. Ja, sonst nix ist. Ja. Gut. Ah, so sieht es fertig aus. Okay, zuerst einlagern. Das müssen wir auch noch tun. Ich fährt. Sie sollten mir so viel fährt von den Schatz zu nehmen. Okay.